Musik 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 Er ist mehr so ein und mehr so ein Objektiv. In diesem Interview interview, wir sehen uns einmal an die Frage, wie wir uns über die Prozesse in der Makedonien im der Balschland-Balkan-Balkan-Balkan und in Europa die der Balschland-Balkan-Balkan-Balkan-Balkan-Balkan-Balkan, der ich den Mein und deinemaligen Analyst, der Anhaltiger und Privatel von Makedonien, Sem Wacknin. Sie sehen und hören, was er die Antwort erhältst du an unsere Fragen. Herr Vaklin, was ist passiert in der Welt? Wie ist es, dass die Kriege des Krieges geschehen? Wo wird ein Kriege geschehen und zwei, drei neue Krieges geschehen? Das ist ein Uniger period in der Menschenhistorien, weil es, bei der ersten Mal, da gibt es drei große Veränderungen. Von einem Super-Kufe zu einem anderen Super-Kufe, von USA zu China, Russia ist aus der Spiel. Von einer Religion, Christianity, zu einer Religion, Islam. Islam ist die Fastest-Growing Religion und wahrscheinlich die Religion der Zukunft. Und eine Redivision von Economic Power von den vielen zu den wenigen. So, all diese Konflikten, all diese Tensions, all diese Stresses in der Gesellschaft, in der Religion und in der Geopolitik, sind in der gleichen Moment, all über die Welt, und das ist die erste Mal in Human History. Natürlich, wo es Stress ist, wo es Transition ist, wo es Konflikten ist, wo es eine Transfere von Macht, wo es eine Transfere von Geld, wo es eine Transfere von Geld, Menschen kämpfen. Sie kämpfen über Macht, sie kämpfen über Geld, sie kämpfen über Geld. Und das ist das, was wir nicht sehen. Was ist die Bedürfnisse? Sooner oder später, die Zahl der Menschen auf der Erde wird es stabilisieren und wird es dramatisch zu stecken. Ich bin nicht der ersten Mal zu sagen, das war die erste Mal zu sagen. Sooner oder später, eine große Pandemie, Die Pandemie, Krieg, Hunger, etwas, wird die Population von der Erde decimiert. Denn 7 Billionen ist ein unsustainable number. In 50 Jahre wird die Nummer über 9 Billionen sein. Das ist nicht ein Nummer die Erde kann die Erde unterstützen. Die Erde kann optimally unterstützen 3 bis 4 Billionen. Natur wird nicht eine Art von der Erde übernehmen und zerstören alle anderen Art von der Erde. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber über eine Woche vorhin gab es ein Studium, dass, wegen der Menschheit, die Zahl der Schleifte, die sich verletzt werden, ist 50-mal höher als die Zahl der Schleifte, die sich verletzt werden, um die Zahl der Schleifte, die sich verletzt werden. Tausende von Schleifte. Also, Natur wird nicht toleriert. In dieser Situation, George Soros, in der Newsweek, von der Newsweek, eine Kon�nungsbeziehung von der Schleifte und der Schleifte. Die Schleifte, die sich zu einem Ausmacht zur Schleifte, bei der Schleifte, zur Schleifte, eine große Herausforderung über eine Barreise. Ich bin nicht sicher, dass ich mit dem Prognosen erhebte. Ich bin nicht sicher, dass ich mit den Gründen erhebte. Aber ich bin sicher, dass wir eine total globalische Kriegung zwischen den Menschen, den Menschen, den Menschen, die nicht haben, die nicht haben, und den Menschen, die haben. 1% der Bevölkerung der Menschen kontrolliert 91% der Weibung und Kapitel der Erde. 99% der Bevölkerung zwischen ihnen die restlichen 9%. Das kann nicht weitergehen. Und später oder später, die poor, die disenfranchisierte, die die nicht haben, die Weibung und Kapitel haben, diese Menschen werden aufstehen. Und es wird eine globalische Krieg gegen die Reibung und gegen die Weibung. Das stimmt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es wegen der pooren Ökonomischen Wachst, oder wegen der schädelten und kriminellen Aktivitäten ist. Ich glaube nicht, dass diese sind die Reise. Die Reise ist einfach, dass der Kapitelist System ist, um die wenige zu benötigen, an der Kosten der viele zu verhindern. Es ist schlecht gestartet, besonders in einer Zeit, in der Technologie macht sogar die einfachen Menschen, die Menschen, die Menschen, die Technologie empfiehlt, die Menschen, die Technologie, die Menschen, die sie nicht mehr hatten. Also, die einfachen Menschen, die Technologische Wachst, die Technologische Wachst, um die Reibung und die Reibung, und ich glaube, dass sie genau wie wir gesagt haben, in einer globalischen Kriegung. Sie wissen die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die ein repräsen, oder die nazisten- schweizende Schwestern, die wir sehr oft sehen, in aller ganzen Gereards, in der ganzen Welt. Was ist passiert? Ist die Geschichte wieder? Nazismus und Faschismus waren nicht nationalen Bewegungen. Nazismus war nicht ein Germaner Bewegung. Faschismus war nicht ein Italiener Bewegung. Diese waren globalen Ideologien. Nazismus und Faschismus waren in mehr als 30 Ländern. In Irak gab es ein Nazi-Grovernement. Rashid Ali El-Khilani war der Hauptminister. In Ägypten gab es ein Nazi-Oppositionspartei. In Italien gab es ein Faschistpartei, aber auch ein Nazi-Parte in Norwegen. Nazismus und Faschismus waren globalen Ideologien. Sie hatten eine Kampf mit anderen Globalen Ideologien, wie Kommunismus und wie liberaler Kapitalismus. Ultimately, Nazismus wurde verletzt. Aber Nazismus wurde verletzt als resultant einer strange Allianz zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Hitler war sehr schockiert, als liberaler Kapitalismus machte eine Allianz, also mit Kommunismus gegen ihn, weil er sich selbst verletzt als Teil des Kapitalismus. Also war er sehr schockiert. Nazismus und Faschismus, also, noch nie verletzten. Sie sind noch nie verletzten. Sie sind noch immer lebens. Und sie sind noch in der Kompetition. Ja, ich mach mich. In diesem Kontext, ein bisschen interessiert man, dass das über die Jahre, in die Jahre, in den letzten Jahren, vor zwei Jahren, da sind einige Balearen vor allem nicht jub盡ene wie sich, das, SARS-B烈, das, P saints, das, das ist, die Balearen, sind aus den Laboratornien und ob diese Krankheiten sind für eine depopulierung der Prenaselung auf dem Land? Nein, diese Krankheiten sind nicht aus den Laboratornien. Sie sind aus Zoonotischen Krankheiten. Diese Krankheiten sind aus Zoonotischen Krankheiten. Diese Krankheiten sind aus Zoonotischen Krankheiten zu Menschen. Der Grund ist, dass die Zahl von Menschen Krankheiten hat exponentiellisiert, und weil das Menschen sind, dass Menschen mit Menschen leben. In vielen verschiedenen Bereichen. Außerdem, wegen der Deforestation, Menschen haben keine Ahnung mehr, und sie kommen in die Stadt, und sie leben mit Menschen. Es ist die erste Mal in der Humanen Geschichte, dass Menschen und Menschen die gleiche Biosphäre, die gleiche Ökologische System haben. Denn das Virus, die nur nur zu Menschen sind, jetzt leeren, sie von Menschen in Menschen und sie entwickeln eine Mutation, die insbesondere zu Menschen sind. Das passiert mehr und mehr und mehr oft. Natürlich. Außerdem, die Verlustung, die Umweltprobleme, und so weiter und so weiter creieren neue Formen von Krankheiten, neue Krankheiten, neue... Also, das ist einer der Mechanismen, die ich erwähne, dass die Natur kämpft die Menschheit. Das ist einer der Weise, dass die Natur kämpft die Menschheit, indem man inventiert und mit neuen Krankheiten zu versuchen, zu kontrollieren die Bevölkerung, um zu minimieren. In diesem Bereich, zu wenigstens die Menschen, die die Menschen schweizenden, die, die, die Informationen, die, 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 die die, die in verschiedenen an den vielen Rancen, um, in allen, zu stören ein, um die Natur zu werden, um die viel Natalität zu sein? Ich bin nicht bewusst von einem einzigen Studium, der unterstützt diese Naseinheit. Es gibt mehrere Theorien, dass die Vakzins verbunden sind mit dem Entwicklung des Autismus. Es gibt mehrere Typen des Autismus in den Kindern. Es sind auch nur Rumors, sie sind nicht unterstützt von irgendwelchen Studiums. Die Vakzins sind nicht inhaltbar von sterilisieren. Wenn Sie wissen, wie die Vakzins sind produziert und produziert, Sie sagen, dass sie in irgendein Weise, Form oder Form nicht in irgendeiner Sterilisieren oder irgendwelchen Effekten, die sie verwendet sind. In diesem Kontext, Monsanto. Sie sagen, dass die Leute, die gegen die genetisch verwendet sind, gegen die genetisch verwendet werden, wenn Monsanto die Vakzins sind. Wenn sie die Vakzins verwendet werden, wenn sie die Vakzins verwendet werden, in der dritte Generation wird die Sterilisieren. Nein, es gibt keine Studierungen. Erstens, weil es noch nicht drei Generationen gibt. Die erste genetisch verwendet wurde in den vergangenen 1980s. Wir haben noch nicht nur eine Generation. Wir wissen nicht, was wird in der dritte Generation passieren. Aber es ist wahr, dass es ein Insufficientes Studium von den Effekten von genetisch verwendet werden, nicht nur die Ernährung, sondern auch die Organe in generell. Es gibt nicht genug Wissen über was diese Effekte könnte sein. Und deshalb, auf ein paar Worte, es ist nicht responsible, zu verlassen von der Umwelt, genetisch verwendet werden, und genetisch verwendet werden, von der Umwelt, wie die Monsanto verwendet werden. Wir müssen viel mehr studieren, und wir müssen viel länger warten, bevor wir die Natur verwendet werden, und die Natur verwendet werden. Aber wir sind in eine Runde, weil wir wollen Geld machen. Und wenn wir die Konsumenten zum Beispiel über die Nachung des Gründen zu machen, die man helfen kann, dass der Patient versucht denômen einen Das ist, wenn wir die Gitarren... wir sind in der Katerren-Katastrophe. Wir sind in der Katerren-Katastrophe. Nur ist das ein ganz lentig ausgewertes Wanderl que Vilni, Prozesse sind in slow motion. Aber wir sind in der Katastrophe. Human beings sind, in Biologie, ein Invasive Species. Es ist eine Species, die nicht wo es war. Human beings waren in den Savannas von Afrika. Aber sie haben nicht da. Sie in alle Habitats, in alle Ecosphäre und Ecosysteme der Welt. Sie haben diese Ecosysteme. So sie sind, was wir callen Invasive Species. Jetzt haben wir viel wissen über Invasive Species. Und wir wissen, dass Invasive Species kommen in ein neues Ecosystem. Ein neues Habitat. Sie verraten alles rund um sie. Sie verraten alle anderen Organismen. Und dann sie sterben. 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 Ist das in diesem Kontext, eine große Herausforderung, zum Beispiel gegen die Oberfläche, zwischen dem Westen und dem Westen, bis die Oberfläche, bis die Oberfläche, zwischen dem SSSR und der USA, und der USA. Und die Oberfläche, die Trenzen und die Oberfläche, sind jetzt auf einem sehr hohen. Die Oberfläche, insbesondere in der Ukraine, und den Baltischen Landen. Die Oberfläche, die durch die schwache Begründe, die Hände unter und die Räume zu stellen, oder sie das zu stellen? Die USA war eine andere Geschichte. Russland ist nicht in der Position, um die Arme zu beginnen. Denn die Russische Ökonomie ist in extrem schlechtem Form. Als die Öl-Würfe von 130 Dollar bis 60 Dollar ging, der Russland wurde in einem tiefen Deficit gefangen. 130 Milliarden US-Dollar hat Russland geflogen. Sie hat Russland geflogen. Und Russland ist heute in sehr schlechtem Form. Die gesamte Ökonomie von Russland, wenn Sie es zusammenstellen, ist kleiner als die meisten mittleren Westerse Ökonomien. Es ist eine sehr kleine Ökonomie. Es ist eine Ökonomie, die auf den Öl ist. Der Preis der Öl ist collapsing. Russland kann nicht eine Arme-Würfe, selbst wenn sie wollen. Amerika, auf der andere Seite, hat eine Gdp. Das ist ungefähr 6-7x größer als Russland. Es hat all die Nucleer Weapons, die Russland hat. Es hat die Industrie-Würfe, die Russland hat. Und deshalb nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es eine Arme-Würfe mit Russland wird. Aber es wird eine Arme-Würfe mit China. Das ist nur eine Frage von Zeit. Wenn die Arme-Würfe mit China starten, wird das sehr gefährlich, denn es ist die zweite größte Ökonomie der Welt. Es hat eine Arme-Würfe mit der anderen Arme-Würfe mit der anderen Arme-Würfe. Es hat die Nucleer Weapons und so weiter und so weiter. Es ist ein riesiges Risiko, nicht Russland. Ich habe nach Ukraine gesehen, dass die Russische Spiele betrachten, dass Amerika betracht 5 Milliarden Dollar und so weiter 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 und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie das Geld betrachten. Aber es ist keine Frage, dass die USA aktiv ist, in der Regime-Würfe mit der Regime-Würfe in der Ukraine. Sie versuchen, den voranen Präsidenten mit dem aktuellen Präsidenten. Und so weiter und so weiter. Es ist keine Frage, dass Putin recht ist, wenn er sagt, dass die West-Würfe in der Ukraine reagiert in eine aggressive und illegitimische Weise, auf der Grenze von Russland, und das die Russland, nicht der West-Würfe. Es ist kein Frage, dass die NATO-Würfe die die West-Würfe mit Russland war. Also, in allem, in diesem Konflikt, Putin ist recht, nicht der West-Würfe. Der West ist der Aggressor, nicht der Putin. Aber ich glaube nicht, dass es auf 5 Millionen Dollar dauert. Also, ich glaube, Sie können kaufen die Ukraine-Würfe, aber weniger als die Macedonien-Würfe. In den Kontexten, in dem wir sprechen, in den Kontexten, in dem wir sprechen, ich habe einen Text voran, dass in der Welt in der Welt sich die Züge-Würfe. Es gibt einige Länder und die Grenzen, um sie zu beschädigen. Die Amerikaner sind, zum Beispiel, dass sie sich gegen die Süddeutschlanden aus der Süddeutschlanden. Die Palästinien sind aus dem Palästinien. Die Europäer sind gegen die Begalerinnen. Die Begalerinnen sind. Die Pakistaner, die Indien und so weiter. Was ist das? Was ist das? Was sind das? Was sind das? Was sind das? in the middle of the 19th century. Between the middle of the 19th century and the middle of the 20th century, we made an experiment. We tried to live without walls, but it was a very big mistake. And so, starting in the middle of the 20th century with the Berlin Wall, we are going back to our roots. We are going back in history and we are re-establishing walls. We say in French, there is a saying in French and also in English and so on, good fences make good neighbors. It's not such a bad thing to have walls. We are going back to the EU. We are going back to the EU. We are going back to the EU. Sometimes other EU members try to keep it as only an economic club. Because there was no agreement between the members, whether they are political union or economic union, to this very day, it is very difficult for the EU to act as one entity, as one with one voice, with one policy, with one direction, and as long as they don't resolve this very important issue, they will never be an effective international force. And if they don't resolve this issue very soon, then they will begin, in my view, to disintegrate. Members like the United Kingdom will leave. Peripheral members like Greece, Spain, Portugal will exit some structures like the EU. Members like Italy may opt out of something. So gradually the union will dissolve, will disintegrate because it can't make up its mind. Is it merely economic or is it political? This is an issue that they must solve now. Yes, because the core European Union, the Western nations, the Western nations, the West European nations that are in the European Union, do not regard Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Albania, and Serbia, do not regard these countries as European countries. They regard these countries as relics of the Ottoman Empire. Behind your back, they call you the Ottoman club. So they don't regard you as part of Europe. They regard you as a very long extension of Turkey, a long extension of the Middle East, and in some cases, as some extension of Africa. They don't want you in the European Union. They tell you that they want you, to keep you quiet. They tell you, they dangle the carrot of EU membership in order not to have a big immigration from the Balkan to Europe. They lie to you. They lie to you, to keep you quiet. They lie to you, to keep you here. They lie to you, to use your cheap work, to use your cheap land, to use, to take your resources. Your colonies. Your colonies of the European Union. You will never ever be members. You will always be colonies. Like Turkey. What do you mean by a colony? A colony is, by definition, in economic science, we have a branch of economic science that is called mercantilism. Mercantilist definition of colony is a territory that exports raw materials, sugovina, and cheap labor, and imports Finnish products. So by this definition, you are all colonies. You export cheap labor, you export raw materials, and you buy back Finnish products. That's why all of you have huge trade deficits. Because you send out wine in barrels, and you buy it back in bottles. Of course, the bottle costs more than the barrel. So, but you are like Turkey in the eyes of the European Union. Why Turkey is trying 45 years? Turkey has 45 years negotiating with the European Union, and still doesn't have a date, one date for discussion. Because the European Union doesn't want Turkey. They don't regard Turkey as European, and they don't regard you as European. I met Nikola first time in 1996, when he was a student in a class that I gave to the brokers in the new Just Open Stock Exchange in Skopje. So he was one of my students. How was your work done? It was known that you had made a book about the economic economy of the European Union. It was your work in 1998. How did you do that? The book was a compilation of a series of dialogues that Nikola and I had in various newspapers. Nevnik, Makedonia Dennis, and so on. So he, when I left Macedonia by that time, I was not in Macedonia, he collected all the dialogues and he published the book. The book made him very famous and put him in the public eye and convinced leaders like Luke Tchegorgievsky that Nikola had the capacity to be Minister of Trade and later Minister of Finance. So the book launched his career. When I first met Nikola, listen, in Macedonia, I had more than 3,000 students all in all. Between 96 and 98, I gave classes, seminars, workshops and so on to 3,000 students. Of these 3,000 students, I chose only Nikola Goerski to write a book because I saw, I saw that he was very special. He was very special not necessarily because he was more intelligent than others. He was not. But he was more driven. He had more energy. He was invested in change. He wanted to change things. He was energetic. He was optimistic. He had a vision. He believed. He had belief, faith. So, he among all the 3,000, he was the only light of optimism, energy and looking forward. So, that's why I chose to work with him. What was your biggest success that you achieved with Nikola Goerski and also, as well, you will be able to do it. I was with Nikola many, many years after the book. I worked with him until 2004, 2005. We were good friends and after that, I was also his main economic advisor in the Ministry of Finance and other places. I think our work in the Ministry of Finance was good. And, what is your relationship today? Do you listen to the phone? Do you listen to the phone? We are still in touch. Do you stay in touch? Do you stay in friends? I think so. I'm not sure that he thinks so. I think so. He doesn't like nowadays he changed a bit. He doesn't like criticism, and so on. So, probably he's angry at me for some of the criticism that I published on his work, on his policy choices. But I regard him as a friend. What do you think about the current political freedom crisis in Macedonia? What is the purpose of the Nizina Genese? A group of Macedonians, in Macedonia you don't have political parties. In Macedonia you don't have elite. You don't have intellectual elite and you definitely don't have political elite. Political parties, what you call political parties in Macedonia, are a combination of employment agencies and travel agencies. So, this is a fight over territory, a fight over money, a fight over power, a fight over jobs. It is a totally self-interested economic battle between two groups. One group that didn't have access to these things for nine years and one group that had access. I therefore don't regard this internal political crisis in ideological terms, nor do I think it has any national dimensions. On the other hand, Zaev made some serious mistakes in the way that he managed the crisis. Five serious mistakes. I don't know if you want me to talk about it, but if you do, I will tell you what mistakes I think he made. First of all, I will try to be brief. First of all, instead of provoking an acute crisis, a crisis that is very limited in time, that escalates immediately and that gives or doesn't give results, Zaev, by releasing the bombs very gradually, created a chronic crisis. Now in a chronic long-term crisis, the population becomes alienated, begins to resent the initiator of a crisis. Their life is disrupted, disturbed, and they are not happy. So this was the first mistake, making chronic instead of acute. Second mistake, he completely misunderstood and misread the psychology of Nikola Guevsky. Nikola Guevsky is a man of principles and a man of values and he reacts very badly to blackmail, very badly to threats. When Zaev chose the way of threats and blackmail, Nikola Guevsky became very stubborn and pushed to the corner. He refused to move. He refused to resign. He refused to change anything. He refused to listen. He refused. This is the psychology of Guevsky. So he misunderstood the psychology of Guevsky. Point number three, Zaev believed that the international community will give him a blank check. He can do anything he wants for as long as he wants, without limitation of time, of space and so on. That of course is a serious mistake because the international community is much more interested in stability than in democracy. They said to Zaev, okay, if you can get rid of Guevsky in two, three weeks, two, three months, go ahead. But he failed. And because he failed to get rid of Guevsky, now the emphasis of the international community is to re-stabilize the country, to keep the country stable. The fourth mistake is that Zaev except that he misread Guevsky, except that he provoked a chronic crisis, except that he misunderstood the mandate from the international community. Zaev, I think, to a large extent, misjudged the mentality of the Macedonian people. Macedonian people are peaceful. They are conflict-averse. They are not the type of people who will go to the street and create a Ukrainian scenario or a Filipino scenario. Macedonian people are not for that. They are not conflictive people. They are consensual people. They are peaceful people. So, Zaev tried to negotiate a secret elitist deal only he and Guevsky alone. And that created a lot of suspicion and a lot of distrust about his motivation. So, not to go much further, Zaev mismanaged the crisis completely. Because he mismanaged the crisis completely, he lost the support of the international community. He did not succeed to dislodge Guevsky. Guevsky is still in power. And I believe that or he accepts humiliating and defeat or now he has to escalate the crisis into total destabilization of the country and destabilization of the region which the West will not accept. So he is in dangerous territory. I don't believe that Guevsky will resign. And I don't believe that Guevsky will do anything except scheduled elections and abide by the results of the election. I don't believe there will be any change to the government. I don't believe that Guevsky will resign. I don't believe the international community will support Zaev anymore. Because Zaev is producing a lot of instability in Macedonia and instability in the region. Kosovo, Kumanovo and so on. This instability in the region is threatening the vital interest of the West. It is threatening the interest of the West in the fight against ISIS. It is threatening the interest of the West in stabilizing the Balkan. It is threatening the interest of the West with regards to refugee flow from Syria. So I don't believe there will be any support for Zaev from the West. No, I don't think either. I don't think it was terrorism and I don't think it was orchestrated. I think it was a fight between criminal groups on territory. You must understand that the refugees from Syria is a big business. All the refugees are passing through Kumanovo. The refugee business from Syria to Serbia, Hungary and so on is 2 to 3 billion dollars. Kumanovo is a critical point in the flow of refugees. and so I think criminal gangs from Kosovo were fighting over Kumanovo to establish control of Kumanovo and so on. Many of these gangs are ex-Mujahedin from the Middle East. Many of them are ex-UQK. Many of them, but now they are not UQK, they are not Mujahedin. They are criminals. Fighting over criminal enterprises and control of territory for criminal activities. Do you think that the West now regards Albanians as the stable, serious partner in Macedonia? The Macedonian political parties prove themselves to be childish, immature, not serious. Macedonian politicians are self-interested, corrupt, unreliable. So who is left? Only Albanians, Albanian parties and people like Ahmeti and political parties like Dewey. The West regards now the Albanians as the stable, reliable, serious partner with whom they can do business. While the Macedonian are clowns in a circus. Do you have a recipe what do they need to do the Macedonian to get out of this depressive state? You are also the Macedonian Z, your wife and her husband are the Macedonian. What do they need to do the Macedonian to do the Balkan to be able to the rest of the Balkan? They must look at their experience in other countries where there were identical political crisis. Where the opposition came out with revelations about the coalition, corruption and so on. and what these countries did. These countries adopted a series of measures that resolved the crisis and re-stabilized the country. So establishing a shadow government, coming back to parliament, depoliticizing the civil administration, et cetera, et cetera. But I don't want because we don't have time I don't want to go into the details of the plan but it would be very useful for people to look at experience in other countries. Which until now to my surprise is not one Macedonian analyst has done. Not one analyst in any talk show in any newspaper has looked at experience in Brazil, in Guatemala, in South Africa, in India, in Sweden even. No one looked at this experience. No. 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 like Israel. It has become a violent, psychopathic country with violent, psychopathic behavior, traits and tendencies. It is a country which commits war crimes on a regular basis where the rule of law is compromised, where there is a lot of hypocrisy, where there is a lot of lying and deceitful activities and so on. It is not a place for me, nor do I like the mentality and the psychology that has developed over there. The Jews have become Israelis and in some respect it's a good thing because they defend themselves they are. But also they were abused so they adopted the mentality of their abuses. they became very much like the regimes that used to suppress them in Europe. They became too much like the people who suppress them. Thank you. Thank you very much. When we finish it, it will give us a recognition that we have not such an interview so that all of us have been very local and local. It will give us a recognition that it was quite supportive. If you are interested on what you see and see, we will be grateful. We will wait in the next time. See you. in the next time.